Jaa lalalalalalala Lalalala lalala Wisst ihr worauf ich keinen Bock hab? Ich hab keinen Bock auf Plashtrap Aber wen interessiert das schon? Mal ein bisschen tiefer und dann seht ihr mehr von meinem dicken Bauch So Plashtrap Ich hab hart keinen Bock auf dich und das wird übel Er ist weg. Er ist weg. Ich hatte die Augen zu. Ich habe mich nur vor dem Geräusch erschreckt. Wie geht die Pumpe? Und ich hasse es jetzt schon. Ich höre ihn nicht. Das ist mein Problem. Ich höre ihn nicht wirklich. Aber ich will es auch nicht allzu laut haben, weil sonst ballert mir die Ohren zu und dann habe ich noch weniger Spaß dran. Ich kann nicht versprechen, dass ich den Teil schaffe. Ich höre ihn nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, mir geht die Düse, mir geht die Pumpe, ich bin am Zittern, Alter, darauf erst mal ein paar Nüsse, das ist ja nicht zu fassen. Hi! It looks like you're making great progress, and more importantly, you're staying in your lane and sticking to the script, which is exactly what our risk assessment team was hoping you'd do. Please continue to enjoy the Fazbear virtual experience. Danke! Danke! Ach nee! Ey, ist das jetzt jedes Mal, das? Ach, oh Mann! Ich hab doch keine Ahnung, was der für ein Geräusch macht! Ja! Du Scheiße, ist der groß! Er sagt Hallo! Alles klar! Und er lacht! Okay! Okay! Hey, das ist... Ich lass mir das nicht anmerken. Das liegt daran, weil ich die Augen dabei zu habe... Also ich hab die Augen unter dem Headset zu... Und ich höre nur... Aber heiliger Scheiße ist... Das... Schlimm! Ey! Ne... 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 Disappointment? Boring, mild, passable? Dated and unoriginal? Ja, das hat's auch geschmeckt! Ey, mir geht die Düse, Leute! Mir geht die Pumpe! Das ist nicht zu fassen! Mir... Mir geht die Pum... Alter! Ich... Das ist... Wasch, Baby! Was ist denn? Ist das jetzt einfach nur die Pumpe, oder? Ey, mir geht die Pumpe, Leute! Das ist nicht zu fassen! Pfff! Ey, cool! Batterie! Überleben Sie bis 6! Was?! Was?! Sind Sie ich drift? König... Was? Was? probabil... Ich schade? Ja, verd съ Armand! I heard your call. So, also, I think I have to... Oh my God! I think I have to say an Epileptica warning at the beginning. I guess you forgot about me. No, 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 no. AHHHHH! Fuck! 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 It seems that you may have inadvertently accessed an unauthorized portion of the game. Please be aware that interacting with unofficial game code can be harmful to you and potentially damaging to our reputation. Was? Was hab ich? Ich hab gar nichts! Halt die Klappe! Oder hab ich vielleicht doch? Hab ich das heute nicht! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Alter! Oh, ma... Nein! Es tut mir leid! Nein! Das... Das mach... Ich kack ab! Ich krieg's nicht geschissen! I'm sorry! Nein! Es tut mir leid! Irgendwann mal vielleicht! Aber nicht mehr heute! Greifen und loslassen! Drücke Knöpfe! Alles klar! Was muss ich tun? Was? 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 Ah, mein Geld! Was? Ich hab doch gar nichts gemacht! Was? Warum? Mann, ich hab doch gar nichts gemacht! Warum? Hi, was geht? Hab ich den falschen? Nee, doch, und der auch? Ja, ich hab doch gar nichts gemacht! Huh? Your headlamp should protect you from any critters who may have stumbled into the docks. Was? Yes. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss in die Dinger reinschauen, damit Mängel nicht kommt! Blau, Rot, Grün... Ah, das war falsch! F***! F***! Blau, Rot, Grün! F***! F***ing hell! Okay! Okay! Heilige Scheiße! Sag mal, wozu fehlen die eigentlichen ganzen Tapes? Geile Kuchen! Alter! Du bist ja noch näher! So sind diese ganzen Tapes! Oder was auch immer diese lila Dinger sind! Mann! Das Mikrofon ist im Weg! F***! Ich war einfach... Ich bin ja mal gespannt, was es damit auf sich hat! Okay! Rätsel lösen! Rätsel krieg ich hin! Ach ja! Ach ja! Willkommen zu Circus Baby's Entertainment & Rental! Es hat 0 Tage seit dem letzten Fall! Ach! Die Veränderung der Veränderung werden notwendig, für die Boiler Room auf Subbasement G! Ach ja! Wir entschuldigen für die claustrophobische Angelegenheit des Secondary Service Elevator, aber die Komfort des Maines Elevator ist gut über die Zahl der Betriebe. F***ing! Jetzt los geht's! Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Woh-oh-oh-oh! Woh-oh-oh-oh-oh-oh! Okay, ihr habt keine Ahnung, was ich hier tun, oder? Ich will eigentlich... Okay, 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 das ist ein bisschen einfach, das ist ein bisschen zu einfach, um Gottes Willen, das ist mir zu einfach, Hilfe! Hallo, Annard! Sieh's nicht! Ah! 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 Fuck! 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 Fuck, das ist schlimm! Fuck, das ist schlimm Oh shit Fuck Oh, scheiße Scheiße